51 Volumenprozente bei einem Johnny Walker? Das hört sich nicht sehr Johnny Walker-like an und auch überhaupt nicht massenkompatibel. Habe ich mir schon 2020 beim Erscheinen dieser Sonderabfüllung gedacht und meine Whisky-Neugier war entfacht. Die Zeit, die rennt, jetzt haben wir schon 2022 und ich bin wirklich froh, jetzt diese Abfüllung mal auf den Grund gehen zu können. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Video. Also ein reines Video, um meiner Neugier nachzugehen. Ja, wie gesagt, Alkohol ist ja nicht alles. Ihr wisst, ich bin kein High-Proof-Trinker. Aber bei einem Johnny Walker, bei dem selbst die ältesten Abfüllungen nur 40 Volumenprozente haben, ist mir das direkt ins Auge gestochen. Dann habe ich damals noch vom guten Whisky-Freund, ich weiß gar nicht, ob der es heute noch weiß, der hat den auch mal angesprochen, sagte, Mensch, hier 51 Volumenprozent für einen Johnny Walker? Das ist doch nicht schlecht. Aus diversen Quellen immer mal wieder gehört, dass der gar nicht so verkehrt sein soll. Und ja, habe ich zugegriffen. Ich nehme mal kurz meine Karte, da steht nicht ganz so viel drauf. Es gibt ihn heute auch noch. Also sage ich mal, von der Seite, wer dann vielleicht doch auch noch ein bisschen Lust drauf bekommt, ab 43 Euro. Es ist ein Blend. Steht nicht Single Mall drauf. Aber ich denke, in dieser verrückten Whisky-Preis-Welt heutzutage, wir schreiben April 2022, kann man da nicht meckern. Was wollte Johnny Walker damit 2020 hier irgendwie machen? Es gibt natürlich eine Geschichte. Diese Abfüllung ist inspiriert von der alten, also von einer alten Abfüllung aus den, aus 80, oder die es glaube ich 1860 das erste Mal gab. So habe ich es auf der Verpackung gelesen. Die hieß Old Highland Whisky. Und ich zeige es jetzt nur ganz kurz. Hier drin ist eben auch noch so ein Bild. Ich blende es ja auch später ein von dem alten Johnny Walker oder John Walker Laden. Hier steht ja auch gar nicht Johnny Walker drauf, sondern John Walker, noch so am Rande. Damit fing er wohl irgendwie an, zu expandieren. Das habe ich auch noch gelesen. Also ab dieser Abfüllung, oder die ging wohl in alle, wurde schon in viele andere Länder sogar vertrieben. Also wohl ein großer Schritt in der Geschichte von Johnny Walker. Gut, das dazu. Zur Fassauswahl ist nichts bekannt. Auf einer Pressemitteilung, die ich noch gefunden habe, habe ich gefunden, habe ich gelesen, dass angeblich nur Whiskys verwendet werden, deren Brennereien damals auch schon geöffnet hatten. Schauen wir mal, was Diagio so da aus ihren Schatzkammern geholt hat. Ich glaube jetzt nicht, dass dieser Blend unheimlich alt ist. Es steht kein Alter drauf. Er ist gefärbt, deshalb kein Foto. Also die Farbe verrät uns jetzt auch nichts. Und dann halten wir mal die Nase rein. Das Erste, das mir auffällt, ich habe einen starken Malt-Anteil. Auch dazu habe ich nichts gefunden. Das findet man ja bei manchen anderen Abfüllungen mal. So und so viel Malt, so und so viel Grain. Hier muss ich echt sagen, wenn ich hier kein oder wenn ich es nicht wüsste, würde ich von der Nase nicht anzweifeln, dass es sich nicht um einen Malt handelt, um einen Malt-Whisky. Eine warme, süße Zitrusnote. Also nicht irgendwie, man denkt ja ohne Alter, Blend, Johnny Walker, Jung, irgendwie wie so ein Red Label oder so. Nee, diese Zitrusnote hier, die ist voll reif, um es mal so zu beschreiben. Ich komme von dieser malzigen Note nicht weg. Sie ist präsent, sie ist voll da. Es wundert mich total, dass ich keine Grain-Assoziation bis jetzt habe. Selbst bei älteren Blends, oder was heißt älteren, teuren Blends, habe ich die eigentlich immer sofort mit dabei gehabt. Schöner, süßlicher Apfel. Orange, das ist so die Fruchtseite. Und dann geht es gleich weiter. Ich weiß nicht, was ist, wie sie es machen. Er entfaltet so leichte, leicht ledrige Assoziationen. Jetzt denkt bitte nicht an irgendeinen Signatory First Fill, Einzel-Sherry-Butt. Ein malzig-süßes, vollreifes Zitrus-Spiel. Diese leichte Leder-Assoziation macht ihn wirklich alt. Vielleicht labere ich auch nur dem Marketing-Blödsinn nach, aber es kommt so rüber. Und je mehr ich rieche, habe ich diesen Verdacht, dass ein ganz klein bisschen Rauch drin ist. Ich meine, für 1860 könnte ich mir vorstellen, dass früher noch mehr Rauch da drin war. Aber wirklich so eine Note, fast an der Schwelle, es macht irgendwie diese leichte Ledernote. So ein bisschen, ich möchte gar nicht von schmutzig oder dreckig oder sowas sprechen. Das passt nicht, aber es vermittelt wirklich das Gefühl, oder dieses glaubhafte Gefühl, ja, so könnte früher ein Whisky, so kann ich es mir vorstellen. Er ist irgendwie überhaupt nicht Johnny Walker aktuellmäßig gleich, sondern driftet so weit ab. Und noch eine Sache, diese 51 Volumenprozente. Ich hatte vorhin einen Malt schon mit 43 Volumenprozenten. Die tun gerade nicht weh, die stechen nicht. Und das für so einen jungen Malt, äh, Blend. Eine leichte geröstete Note schwebt da drin. Dann, wie gesagt, diese Ledernote. Dann dazu diese schöne, vollreife Fruchtnote, die zwar zitruslastig ist, aber überhaupt nicht säuerlich oder sowas. Dazu Malz. Ja. Unterschwellige Vanille, muss man die erwähnen, weiß ich nicht. Ich nehme ihn mal. Schöne pfeffrige Note, die auch von den 51 Volumenprozenten getragen wird. Aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, oh, der Alkohol sticht, sondern wird eine schöne Eiche, die sich vorher versteckt hat. In meiner Geschmacksbeschreibung hatte ich die jetzt für mich persönlich nicht so wirklich als Eichennote drin. Klar, diese Ledernoten, irgendwo müssen sie herkommen. Dabei, süß trifft es nicht so ganz. So ein Johnny Walker Gold Label, den finde ich süß. Und diese Würzigkeit wird mit einer gescheiten Würze und malzigen Note untermalt. Ich habe so leichte Assoziationen von Nüssen. Es können alles Expertenfässer sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht ein paar Refill-europäische Fässer da mit drin sind. Dann eher vielleicht auch sogar dritt- oder viertbefüllt. Kommt mir von der Holzwürze vor, wie so mancher Glenfarkles. So ein 12-Jähriger. Der, finde ich, schon eine viel stärkere Eiche hat als die Einsteiger davor. Die hatte ich ja letztens alle. Ich hatte vor ein paar Tagen erst den 17er. Da kommt der Sache auch ähnlich. Also von der Holzcharakteristik. Obwohl hier ein bisschen mehr Pfeffer drin ist. Ich meine, der wird ja jung sein. Und er ist samtig. Also hier, man hat ja die üblichen Verdächtigen von Diagio im Kopf. Ich frage mich jetzt nicht immer nach dem 1860, wer da wie, wo produziert hat oder nicht. Aber ich muss da teilweise an ein Kleines denken. Er hat so eine schöne, jetzt im Mund vor allem so eine kleine Schnote. So etwas leicht Belegendes. Diesen Wachs, den man kleinisch nachsagt. Ich könnte jetzt klug scheißen und könnte sagen, Mensch, im Geschmack könnte ich mir vorstellen, dass ein bisschen Grain-Anteil drin ist. Aber der ist auch minimal. Also so ähnlich, so minimal wie dieser Rauchanteil hier ist. Ich weiß ja nicht, wenn sie da einen minimal Taliska mit reingepackt haben, der eh schon nicht sehr rauchig ist oder ein bisschen Oben. Und beim Oben fällt es ja schon schwer, den wahrzunehmen. 51 Volumenprozente. Hört sich jetzt nicht gerade sehr samtig an. Aber wie ich es gerade schon mit meinem Kleinisch-Vergleich gesagt habe, das passt wunderbar. Bei dieser Holzwürze habe ich auch immer so leichte Kräuter mit drin. Und dann kommt, finde ich, so eine, also da wirklich eine stärkere Vanille auch im Abgang. Und viel Süße. Manchmal ärgert man sich, dass man zwei Jahre warten gewartet hat. Auf der anderen Seite freue ich mich aber, dass dieses Erlebnis ist genau gleich wie vor zwei Jahren. Und ich kann es auch dann nochmal in vier Jahren machen oder so. Das kann man mit anderen Lebensmitteln nicht so gut. Naja, jetzt können wir darüber streiten, ob das gegen Lebensmittel ist. Ja, diese 51 Volumenprozente sind, denke ich mal, fundamental für diesen Whisky. Ich werde gleich mal ein bisschen verdünnen. Aber das mit 40, das wird nicht funktionieren. Da muss am Ende dieser Schub kommen. Und das ist auch etwas, was Johnny Walker untypisch ist. Aber wo ich sage, ja, hat damals der John Walker bestimmt gemocht in seinem Whisky. Und das irgendwie, denkt man ja, die alten Zeiten waren eh rauer und härter. Und da passt diese Note da echt gut zu. Obwohl das andere echt verführerisch ist. Und auch intensiv. Also ich habe ihn vorhin nochmal ein bisschen geschwenkt, muss ich sagen. Da ich ihn, ja, ich hatte ihn einmal gerochen kurz, weil ich die Angst hatte, dass er leicht zu kalt war, weil er stand in einem anderen Raum. Aber jetzt ist er, ich könnte mir vorstellen, falls ihr ihn im Glas habt, wenn nicht, macht es auch, wenn er mir nicht ganz folgen könnte. Ich glaube, ich habe es, was heißt ein bisschen übertrieben, er ist jetzt nicht irgendwie bei 30 Grad. Aber er kommt mir ein bisschen wärmer vor als sonst meine Moles hier im Raum. Er entfaltet sich schön. Er kommt auch nicht jung rüber. Er kommt nicht jung rüber. Dieses Schärfre bei der Eiche, ja, wunderbar. Dieses Crämige davor. Samtige, leicht wachsige. Ja, ihr wisst, wo man es dann hinstecken kann. Ich spinne sogar so ein bisschen rum. Da steht zwar Old Highland irgendwas drauf. Aber, ja gut, letzten Endes könnte man oben auch unter Highlands verwursten. Ich finde, er hat so eine Ähnlichkeit mit so manchen Küstenwiskys. Die hatte ich heute doch mal bei den, irgendwie vor drei, vier Jahren bei so Special Releases doch auch mal so eine Abfüllung. Das war ein Blend, also ein Blended Malt, glaube ich, nur aus Küstenwiskys. Oder mit Maritimnoten. Da geht der, also finde ich auch was drin wieder. Komm, aus Spaß tun wir mal ein bisschen Wasser ran. Also, den finde ich spannend. Können wir mal ein bisschen mehr dran tun. Oder was heißt ein bisschen mehr? Ein paar Tröpfchen, viel ist nicht mehr drin. Nur ein Johnny Walker mit 51 Prozent zum Verdünnen, haben wir auch noch nicht gehört. Aber wie ich es schon sagte, ich könnte mir vorstellen, dass er etwas verliert. Wird etwas strohiger, was ich so manchem Lowland-Whisky, ich weiß, da steht Old Highland-Whisky drauf, aber was ich so manchem Lowlander ab und zu mal ankreide, oder was heißt ankreiden, tue ich es gar nicht, aber benenne. Also, da könnte man eben bei der Frucht, sie wirkt jetzt doch deutlich heller, deshalb gehe ich noch mal zurück. Ich würde fast vorhin auch so von süßen Trockenfrüchten sprechen. Weil jetzt habe ich so eine leichte Assoziation immer noch zu so einer weit entfernten, trockenen Rosine. Er ist etwas flüchtiger geworden. Rauch nehme ich jetzt nicht stärker wahr, also das ist auch, finde ich, ein, wenn er überhaupt rauchig ist. Aber das passt wunderbar zu dieser leichten Politurnote, wo es dann ins Holz weitergeht. Er wird noch etwas schärfer, wird aber auf der anderen Seite noch voluminöser, sahniger, sage ich fast schon im Mund. So ein Sahne-Karamell, obwohl diese Butterscotch-Note ist jetzt nicht wirklich total stark, aber diese malzige Note finde ich sehr interessant. Es steht Blended Whisky drauf, nicht Blended Malt Whisky, ne? Noch mal kurz überprüfen. Blended Scotch Whisky, ja. Aber ich würde sagen, minimal. Süße Trockenfrüchte. Gentle Spice und sanfter Pepper. Alles ein bisschen, ich würde es gar nicht so gentle, aber es ist eben Johnny Walker-like, ne? Ich finde das schon ein bisschen grober, aber am Ende eine schöne harmonische Mischung. Neben dem Johnny Walker-Green-Label, und es gab da, glaube ich, noch so ein Island Green oder so, oder? Doch, Island Green? Ne, Island Green, glaube ich. Ist das der beste Johnny Walker, den ich bis jetzt hatte? Mit den meisten anderen bin ich als Single-Malt-Freund oder als Malt-Freund nie so richtig warm geworden, auch wenn man dem einen oder anderen was abgewinnen konnte. Aber der hier, überhaupt gar keine Abstriche würde ich da machen. Top Ding. Also, wenn man den sieht, hier ist er auch überhaupt nicht am Alter am Rumeckern. Also, der kommt mir in keinster Weise jung vor. Wie oft habe ich wirklich welche ohne Alter, die dann auch eher günstiger sind, wo ich dann sage, das merkt man aber auch, wenn ich überhaupt nicht. Tolle Sache. Wie gesagt, steht bestimmt jetzt bei vielen von euch nicht mehr auf dem Radar. Entweder hattet ihr ihn schon, oder ihr habt gar kein Interesse, aber ich hatte gerade Spaß drauf. Und er hat mich wirklich nach vorne gebracht, und ich könnte mir gut vorstellen, wenn er noch mal, also er ist noch in einigen Shops zu bekommen, gar kein Thema. Und wenn ich mal, ich kenne das selber, wenn ich mal wieder was beipacken muss bei einer Whisky-Bestellung, und der ist vielleicht gerade im Angebot, oder wie auch immer. Die Menge muss wohl groß gewesen sein, die damals produziert wurde. Den packe ich mit dazu, und will ich noch mal dazu packen, auf jeden Fall. Okay. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.